Musik Jo Leute, Bardo hier, heute mit einem Pink Slip um Mats Hummels in Form. Der hat mich irgendwann mal 208.000 Coins gekostet, ich weiß nicht wie viel er jetzt wert ist. Ist aber auch scheißegal, wenn ich verliere, bekommt mein Gegenspieler den Spieler, wenn ich gewinne, bekomme ich nichts, ohne weiter rumzuspratschen. Los geht's. Okay, gucken wir uns mal so'n Team an. Holy shit. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Fuck. Oh, ich hab ja was vergessen. Ich hab ja die Hut-Challenge verloren, das heißt, ich muss diesen... Moment, ich zeig's euch. Das heißt, ich muss diesen lächerlichen Hut tragen. Noch zwei weitere Videos hiermit. Los geht's. Der wird flanken. Der wird flanken. Ah, schön, 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 Hummels. Äh, Hummels, was machst du? Oh mein Gott. Warum nutzt aber jeder meiner Gegner diese doofen Pluskarten? Warum? Ich nutz' die doch auch nicht. Oh mein Gott. Konter. Ach, warum läuft mein Team nicht nach vorne? Holy fuck. Was machst du? Die Robben ist durch. Robben. Robben. Oh mein Gott. Schön. Schön. Ich seh dich, ich seh dich. Klose. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Was macht ihr? Oh mein Gott. Oh. Wir kommen rein in die Patsy. Wir kommen rein in die fucking Patsy. Come on, Eckball. Eckball. Hit that. Oh mein Gott. Oh. Nein, 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 nein. Don't you dare. Wehe, wehe, wehe. Ich glaub, der kann das nicht. Er darf's, glaub ich, können. Rein da, rein da. Er kann es. Oh mein Gott. Scheiße, der war richtig gut, der Freistoß. Im ersten war der schon gut. Oh mein Gott, den hab ich dringend gesehen. Den hab ich dringend gesehen. Come on. Shakiri. Shakiri. Hu. Robben. Dead dead. Yeah. 45 Monate. Mutter ist mir scheißgeil. Bam. 1 zu 0. Arjen Robben. Ja, Mann. Oh. Yeah. Robben, ich sehe dich. Lupfen. Ja. 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 Robben wieder. Oh Mann. Er ist heute geholt. Die lohnt sich direkt. Jawohl. 2 zu 0. Ah. Robben. 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 Das war kein Rückpass. Das war, äh, war fair. Lauf die Mitte, lauf die Mitte, lauf die Mitte. Verdammt. Verdammt, verdammt. Aha, nein, nein, nein. Come on. Oh, come on. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hummels. Weltklasse. Weltklasse. Oh. oh crap 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 oh mein gott neuer du bist hier oh crap shakiri äh, roist yes, das ist die Entscheidung ich behalte fucking Hummels das muss es sein hat erkämpft ich war hart unterlegen in der ersten halbzeit aber das ist es was ihr zuhause nicht wisst ich hatte gerade privaten One gespielt ich war über 2 und dann bin ich in Liga 4 abgestürzt ich habe kein einziges Spiel gewonnen ja doch, ich habe ein paar gewonnen, ich habe bestimmt von 30 Spielen 27 verloren das war so frustrierend jetzt gewinne ich mal das war es mit diesem Pinkslip wenn ihr Bock auf dem Pinkslip habt, gebt einen Daumen hoch abonniert, wenn ihr keinen weiteren Pinkslip verfassen wollt vielleicht meldet ihr euch auch mal dann könnt ihr selber mitmachen und um Spieler wie Robin, Royce usw. spielen mir hat es Spaß gemacht in Pinkslip danke an den Gegner, das war ein cooles Match auch danke an den vorigen Gegner ich freue mich über jeden, der sich meldet deswegen sage ich mal, schau bis zum nächsten Video yes 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 bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video